so hallo zusammen hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute wieder mal nach langer zeit eine runde Hunted Kobayashi Tower und das ist ein ein bis zwei personenspiel zwei personen habe ich noch nicht gespielt ich kenne nur die solo variante wir schauen uns das an es geht thematisch darum dass wir im Stile von John McClane aus dem Film Die Hard uns durch ein Hochhaus kämpfen müssen durch den Kobayashi Tower wir wollen eigentlich unsere Frau dort treffen aber in der Zwischenzeit haben Terroristen das Gebäude besetzt und wir müssen irgendwie da durch bis aufs Dach da begegnen wir dann dem Endgegner hier heißt er in diesem Falle Lars gegen den wir kämpfen müssen und das ganze funktioniert wie folgt wir beginnen mit einer Zeit von 20 Einheiten Minuten eher nicht Stunden wahrscheinlich auch nicht keine Ahnung eine Lebenspunkte Skala von sechs wir haben hier solange wir sechs fünf oder vier Gesundheit haben haben wir die Möglichkeit zwei Entscheidungswürfel zu würfeln in bestimmten Situationen bei drei oder weniger Leben nur noch einen Würfel wir haben eine Pistole mit drei Magazinen eins zwei drei und vier Kugeln im Lauf die sind die Würfel wir haben eine Schachtel Pralinen die wir eigentlich unserer Frau mitbringen sollen die uns aber im Laufe des Spiels auch ermöglicht einfach diese Schachtel aufzugeben und dafür nochmal eine beliebige Anzahl von Würfeln neu zu würfeln ein paar andere Würfel die werden wir im Laufe des Spiels wahrscheinlich brauchen D6er D8er D9er und das hier ist glaube ich sogar ein D12 genau obwohl der gehört glaube ich nicht zum Spiel der ist einfach so mit da reingerutscht in den Kickstarter warum auch immer Setup neben dem Board hier unten für die Starthand die ganzen ja die ganzen Ereigniskarten müssen wir im Prinzip nur mischen mehr fällt dabei nicht an wir gucken uns aber noch mal das Artwork ein bisschen genauer an nehmen wir mal die zweite Kamera zur Hilfe hier seht ihr die Handgun mit der Munition und hier daneben die Schachtel Pralinen das ist bestimmt nicht für jeden was dieses Artwork ihr habt das vielleicht auch in den ersten Videos schon gesehen hier nochmal etwas näher im Detail aber mir gefällt es ich bin auch ein Kind der 80er der Film und für das Gegenstück zu diesem Spiel für Mining Colony 415 das auf dem Aliens Film beruht also dem zweiten Teil der Alien Reihe mit Siguri Weaver damals noch in der Hauptrolle das Artwork ist dort so ähnlich gehalten vom gleichen Künstler natürlich dann allerdings in Orangetönen hier in Blautönen ja mir gefällt es ist nicht jedermanns Sache aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten um auf das Dach zu kommen müssen wir uns durch eine Handvoll Ortskarten durcharbeiten alle möglichen Geschichten wie zum Beispiel der Wachraum Toilettenräume Geschenkeladen Atrium was auch immer wir nutzen aber nicht alle es sind insgesamt mit dieser hier 19 Karten wir brauchen aber nur 15 das heißt das Dach brauchen wir auf jeden Fall wir mischen nehmen 1 2 3 4 weg und damit wir nicht wissen wann das Dach kommt nehmen wir die nehmen wir zwei zufällige Karten mischen das Dach da drunter und werden dann die Locations hier oben hinlegen und los geht die wilde Jagd das Spiel läuft einfach so dass wir eine Karte aufdecken und schauen was wir mit dieser Karte und den anderen Karten die vielleicht schon hier liegen machen können hier handelt es sich um ein Regroup mal gucken ob ich das auch in die zweite Kamera kriege so ein Regroup ihr seht dort oben in der Ecke ein Lärmto eine Lärmeigen das heißt dieses Token macht oder diese Karte macht einen Lärm sie bietet uns auch ein Search Icon und ein Move Icon das heißt diese Dinge können wir einsetzen um andere Karten zu kaufen wir brauchen um diese Karte selber zu aktivieren was uns zwei Punkte extra für einen Würfelwurf gäbe brauchen wir selbst aber ein etwas Zeit jetzt muss ich mal gucken ich habe schon so ewig nicht mehr gespielt dass ich über dieses Regroup tatsächlich noch mal in die Regeln schauen muss Hunted Deck, Location Cards, Activating ah ok klar ich muss um diese Karte selbst aktivieren zu können muss ich eine Zeit aufgeben das will ich aber so früh noch gar nicht denn die Zeit wird mir nachher bitte fehlen also lasse ich die Karte einfach erstmal liegen ich kann mich jetzt entscheiden die Karte zu aktivieren in diesem Fall kann ich das sogar tun ich hatte Zeit auf meinem Konto will ich aber nicht ich kann aber auch sagen ich verstecke mich vor wem aber auch dann würden die Hunted Karten abgelegt werden die hier schon liegen und bei Terroristen muss ich natürlich kämpfen wenn ich denen begegne in gewissen Situationen jedenfalls so jetzt wird es langsam spannend ein Gang ein Flur wir bräuchten zwei Move-Icons um da durchzukommen zu einer neuen Location wir haben erst ein Move-Icon hier liegen und die Search-Icons die uns die beiden Karten hier bieten brauchen wir gerade nicht wir ziehen weiter das ist so ein bisschen push your luck Mechanismus jetzt haben wir ein Problem wenn wir als nächstes Terroristen aufdecken würden dann hätten wir nämlich zweimal Lärm gemacht und das ist so laut dass die Terroristen uns auf jeden Fall bemerken und wir dann kämpfen müssen wir müssen uns jetzt also genau überlegen was wir tun und ich habe schon eine Idee was wir tun denn die Machine Gun hier vorne die hat es natürlich in sich so etwas kann man immer brauchen gegen Terroristen ihr kennt den Spruch ho 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 now I have a Machine Gun nein umgekehrt war es erst zuletzt das ho 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 so rum wir brauchen aber zwei Search-Icons die haben wir aber hier glücklicherweise liegen das heißt die beiden Karten legen wir einfach ab und damit ist diese Karte in unser Inventar gewandert die bekommt zwei Magazine die haben wir einfach so da liegen gefunden super und 3D Achterwürfel das sind hier die schwarzen Jungs das heißt wenn wir nachher kämpfen sollten dann können wir uns auswählen ob wir mit der Pistole arbeiten mit der Machine Gun hängt auch von der Zahl der Terroristen ab von deren Stärke das lässt sich individuell auswählen und sollten wir mal keine Munition mehr finden können wir immer noch mit der bloßen Hand und einem Würfel kämpfen wir müssen uns aber entscheiden wir können nicht Pistole und Maschinen Gun gleichzeitig einsetzen ok es geht los oder es geht weiter wieder ein Flur da machen wir erstmal nichts wir haben keine Move-Icons mit denen wir arbeiten könnten Terroristen wir haben einen Lärm hier liegen ich kann mich nicht entscheiden sie anzugreifen ich kann mich aber entscheiden mich zu verstecken damit sie vorbeilaufen das heißt genau das werde ich jetzt tun es sind drei Jungs und diese mit zwei drei und fünf auch gar nicht so ganz schwach ist der stärkste nicht das heißt ich entscheide mich jetzt eine Zeit zu opfern und die Kartenreihe die hier liegt abzugeben und wieder geht's los so ein Test ducken mache eine Probe und hier heißt es wir brauchen eine fünf oder mehr Probe nicht bestanden den hätten wir da hätten wir einen Terroristen suchen raussuchen und abwerfen können wir haben nicht bestanden also zwei Schaden eins zwei sind nur noch bei vier so eine Tür jetzt wird es spannend jetzt bräuchten wir einen Schlüssel um zu zwei Orten zu kommen das wäre natürlich klasse noch ein Regroup wir geben das Regroup auf bezahlen mit dem Move-Icon diese Karte hier und kommen wenigstens in den nächsten Ort hier kommen wir in den Heizungsraum zu den Heizkesseln mach einen Test succeed and gain one health probieren wir es mal nein nicht geschafft fail and move the top terrorist card from the discard pile to the middle of the hunted deck so das heißt wir nehmen uns den Ablagestapel den hätten wir eigentlich in umgekehrter Reihenfolge werfen ablegen müssen so das ist der top terrorist das wird offen abgeworfen und diese top Terroristen Karte die kommt mitten in das hunted deck hinein und damit haben wir wenigstens einen Ort geschafft es bleiben noch ein paar es geht weiter jetzt könnte ich die Tür aufgeben und mich durch den Flur bewegen mit diesem Move hätte dann einen Ort auf den mit dem Key warte ich wahrscheinlich aber länger auf die Zweiräute das heißt ich gebe den auf aktiviere den Ort wir kommen ins Büro noch ein Test jetzt haben wir bestanden wir sind im Büro search the deck or discard pile for distraction card wir suchen also eine Ablenkungskarte und nehmen sie ins Inventar und danach wird das hunted deck neu gemischt und andernfalls hätten wir zwei Zeit verloren das ist aber gut dass wir es jetzt nicht haben wir brauchen eine Ablegungskarte eine Distraction die suchen wir uns da ist eine Distraction und müssen neu mischen und müssen neu mischen das wird man natürlich nicht vergessen so und diese Distraction Card ich zeige es euch hier nochmal im Detail das erinnert natürlich auch an die Szene im Film wo er mit dem Stuhl die Ablenkung macht und damit können wir wenn wir sie einsetzen einen Würfel neu werfen das ist schon mal nicht schlecht das könnte bei den nächsten Tests hilfreich sein ich wollte nicht direkt schon am Anfang die Pralinenschachtel aufgeben für das bestehende Test so wir sind aber durch das Büro durch zweiter Ort bestanden wieder eine Tür aha und wir haben hier eine Geisel die wir mit einem Search Icon in unser Inventar zu uns hinzunehmen könnten sozusagen das Inventar ist auch nicht beschränkt wir müssen mal gucken wie das hier mit der Länge so passt ich schiebe mal die ganzen Tokens und Zusatzwürfel so ein bisschen raus die müsst ihr nicht während des Spiels sehen das ist wichtiger dass ihr die Karten seht hier unten in der Reihe wir haben allerdings noch kein Search Icon hier offen liegen mit dem wir dann den Agent O'Neill befreien könnten tja mal gucken ein Terrorist und wir haben zwei Lärm das heißt es kommt zum Kampf wir gucken uns den Terroristen an da ist er im Detail der hat eine Stärke von 3 und wenn er trifft das seht ihr in diesem Icon dann würde er zuerst einen bei uns eventuell vorhandenen Partner die eine Geisel die wir befreit hatten angreifen und beschädigen bzw. wertlos machen aber wir haben keine das heißt es geht direkt auf uns und zwei Lärm haben ihn natürlich ausgelöst das steht hier und wenn wir ihn besiegt haben dann aktivieren wir praktisch diese Karte und damit können wir uns eine Karte raussuchen eine Karte ziehen und mal schauen was wir damit machen können wir müssen aber erstmal kämpfen er hat eine Stärke von 3 ich habe die Pistole ich habe die Machine Gun ich würde es mit der Pistole versuchen und zwar mit zwei Schuss zuerst ich muss also jetzt Zeit aufgeben kämpfen kostet Zeit und das habe ich locker geschafft mit beiden Schuss die treffen die sind jetzt aber natürlich nicht mehr bei der Pistole die sind verschossen kommen also zur Seite erst bei einem Reload wenn also ein Magazin-Icon ein Magazin-Token weggeht dann würden wieder vier Würfel hier landen ok den habe ich besiegt mit einem Doppelschuss sozusagen jetzt kann ich eine Karte aufdecken und wenn sie ein Gegenstand ist dann kann ich ihn ins Inventar nehmen und genau das ist hier der Fall ich könnte diese Karte also ersetzt wegwerfen um ein Magazin-Token für meinen Handgun für meine Pistole zu bekommen sehr gut brauchen wir aber noch nicht noch ein Terrorist der hat diesmal sogar die Stärke 5 und hat schon wieder jetzt haben wir schon wieder einen Lärm hier im Flur gemacht und der zweite Terrorist ja und bei zwei Terroristen unabhängig davon was noch so in der Reihe liegt zwei Terroristen heißt einer Finn entdeckt uns auf jeden Fall und zwar der Stärkere wer hätte das gedacht die beiden kommen weg das geht wieder los ein Terrorist mit der Stärke 5 diesmal versuchen wir es mit der Machine Gun habe ich glaube ich und zwar dann nur mit einer Salve mit einem Schuss und der Wurf ist die 6 das heißt auch der Schuss ist vergeudet habe ich aber gewonnen den Kampf und in diesem Falle finde ich tatsächlich eine Geisel und kann sie befreien jetzt gucken wir nochmal genau nach bei Winning a Fight genau Item, Weapon oder Hostage kann ich sie einfach so kostenlos in mein Inventar aufnehmen und ich könnte hier eine Non-Terrorist Card also eine Karte die nicht ein Terrorist ist aus dieser Reihe einfach weglegen wenn ich diese Allen benutze ok und weiter geht's Key Talks zur Seite legen wieder im Gang ein Funkgerät aber wir haben keine Search eigens ich zeige euch erst nochmal die Allen hier das ist die Geisel und dann zeige ich euch auch hier das Radio das seht ihr hier dann könnte man, wenn man diese Karte benutzt aus dem Inventar heraus drei Karten ziehen aus dem Hunted Stapel und jeden Terroristen den man findet wegwerfen und dann das ganze Deck neu mischen das heißt auch das ist natürlich eine gute Geschichte aber dafür brauche ich Search-Icons die ich nicht habe ich habe aber jetzt auch schon zwei Lärm gemacht das heißt der nächste Terrorist führt wieder zum Kampf wieder eine Munitionskarte ich habe aber schon eine 9mm für die Pistole aber was mir die beiden Karten jetzt geben ist Bewegung die ich hierfür brauche das heißt ich gebe die beiden Karten tatsächlich auf und aktiviere den Flur und komme damit in den nächsten Raum und das ist kein Raum das ist eine Elevatorschaft der Aufzugsschacht auch hier wieder ein Test gut bestanden wir gewinnen ein Zeit das heißt wir sind durch den Aufzugsschacht in die nächste Etage geklettert so und wieder ein Test das ist ein Test den wir zum Glück auch bestehen und in dem dann nichts passiert in dem Fall passiert dann tatsächlich nichts nur wenn wir gefailt hätten wenn wir versagt hätten hätten wir eine Geisel abgeben müssen und einen Schaden nehmen müssen zum Glück nicht passiert wir sind immer noch bei 4 Leben haben durch den Zeitgewinn eben wieder 18 Zeit noch ist es ganz okay Barrikade wir stoßen auf eine Barrikade wieder ein Test nicht bestanden dann Fail and Fight a 3 Terrorist das heißt wir müssen jetzt gegen einen Terroristen den wir nicht als Karte hier liegen haben mit der Stärke 3 kämpfen müssen wir tun das heißt wir entscheiden uns für einen Schuss aus der Pistole ich muss wieder Zeit aufgeben für den Kampf der Schuss trifft aber wir haben natürlich auch keine Karte die wir jetzt aktivieren können das heißt wir können jetzt nicht eine Bonus Karte suchen also geht es weiter wieder ein Regroup was wir nicht brauchen wieder ein Flur und wieder ein Stand-off Test zum Glück bestanden es passiert nichts die Karte kommt direkt weg aber wir sind ja immer noch im Flur jetzt haben wir zwei Lärmkarten das ist eine Rauchgranate die Rauchgranate mit der könnten wir einen D6er Würfel einfach zu einem Kampfwurf hinzu fügen sozusagen als ergänzende Stärke aber mit den beiden Move-Icons kann ich durch den Flur in den nächsten Raum hilft ja nichts wenn ich mein Inventar vollknalle mit irgendwelchen Gegenständen und Geiseln und ich komme nicht weiter das heißt ich aktiviere den nächsten Raum und komme in die Krankenstation und jetzt kann ich mich entscheiden eine Zeit aufzugeben um zwei Gesundheit zu bekommen genau das tue ich ich gebe mir Zeit auf und bekomme die zwei Gesundheit zurück ich möchte weiterhin mit zwei Würfel testen können so frisch aus der Krankenstation stolpern wir fast über eine Granate und wir begegnen aber zwei Terroristen wir bemerken die aber die bemerken uns noch nicht denn wir sind noch leise genug ich könnte mich jetzt entscheiden mich zu verstecken damit ich gegen die zwei nicht antreten muss große Frage push your luck na die Granate ist schon gut die würde ich gerne haben hilft aber alles nichts jetzt wird es spannend ein Matcat noch besser als die Granate schon fast weil man hier auch wieder Gesundheit bekommt aber wir haben die Move-Icons die wir hier haben die brauchen wir nirgendwo die Search-Icons die wir hier brauchen die haben wir nirgendwo das wird mir zu heikel ich verstecke mich das heißt ich gebe Zeit auf und dafür bin ich die ganze Kartenreihe los na und hier haben wir es gesehen das nächste wäre wieder ein Matkit gewesen und dann hätten wir zweimal Lärm gehabt und hätten in dem Kampf nicht mehr ausweichen können jetzt haben wir hier ein Matkit liegen eine Tür für die wir wieder einen Schlüssel brauchen den wir noch nicht haben und noch eine Tür kleiner Unterschied zwischen diesen beiden Türen diese Tür hier verursacht oder an der Rütteln verursacht keinen Lärm an der hier aber schon da klappert irgendwas vielleicht die Klinke locker oder sowas und ansonsten sind aber keinerlei Unterschiede zwischen diesen Türen und das Matkit hat auch Lärm das heißt wir müssten jetzt mal schauen wisst ihr was wir geben diese Tür auf damit geben wir nämlich auch einen Lärm auf und mit dem aha das geht auch nicht weil die gibt uns kein Search-Icon das ist natürlich bewusst geschickt gewählt die hier gibt uns das Search-Icon mit dem wir das Matkit nehmen können das machen wir mal jetzt habe ich hier das Matkit liegen ihr seht die ganze Reihe schon nicht mehr ich lege mal hier die ganzen Würfel zur Seite die brauchen wir später die Token hole ich dann auch rein wenn wir sie wieder wirklich brauchen und wir schieben das ganze mal ein bisschen rüber damit ihr mein Inventar seht ok wir haben nach wie vor nur die Tür hier liegen drei Terroristen so kommen wir ja nie durch hier ich verstecke mich also ich gebe wieder Zeit auf und es geht weiter eine Ablenkung ein Terrorist zwei Terroristen ich glaube das heißt die sind weg gegen die beiden müssen wir kämpfen drei und vier ich habe in meiner Pistole aktuell nur noch einen Schuss nachladen kostet auch Zeit ich habe in der Maschinengang aber noch zwei Schuss die werde ich jetzt nehmen das heißt einmal drauf drei und drei so jetzt haben wir diesen einen den oberen von beiden haben wir erwischt den anderen nicht das heißt der fügt uns Schaden zu und jetzt versuchen wir es mit der Pistole weil da haben wir noch einen Schuss drin bevor wir jetzt nachladen müssen wir geben also nochmal Zeit auf und schaffen es jetzt mit der Pistole den zweiten auch zu erledigen und damit sind alle Waffen leer geschossen ich müsste nachladen damit warte ich aber noch bis es notwendig wird ich kann jetzt aber zwei Karten ziehen und kann du rufst dran weg und finde jetzt tatsächlich eine Handgranate bei einem der Terroristen und der Rest muss gemischt werden so ups die Karte runter das heißt wir sind hier doch jetzt relativ kampfstark ausgestattet ich leg mal die Bewaffnung komplett nach hier das ist Munition Ablenkung Medikit Pralinen und die Geisel ganz rechts das ist schon eine lange Ausrüstungsreihe mit der wir uns hier durchschleppen okay dann schauen wir mal weiter eine Explosion wir müssen wieder testen wir stehen den Test zum Glück sonst hätte es nämlich zwei Schaden gegeben und weg ein paar Terroristen und da ist der Mr. Kobayashi und das ist sozusagen der Chef der Firma der dieses Gebäude gehört und den könnten wir natürlich auch befreien und mit uns nehmen und er würde dann praktisch eine Karte die wir in der Reihe finden würde uns ermöglichen die Karte einfach so in unser Inventar zu nehmen dafür brauchen wir aber zwei Search-Icons die wir noch nicht haben und gleichzeitig gibt er uns aber auch ein Key-Icon wenn wir jetzt eine Tür hier hätten die ein Key bräuchte dann könnten wir die öffnen haben wir auch nicht dafür haben wir zwei Terroristen und der Kollege macht auch etwas Lärm das ist aber jetzt hier push your luck vom feinsten zweimal Lärm das war es dann mit dem Lack jetzt muss ich tatsächlich gegen die zwei bösen Buben hier antreten ich lade meine Maschinenpistole nach gebe dafür das eine Reload Token ab dann bekommen wir meine drei Schuss wieder und zwei davon das war das hat Zeit gekostet so und nochmal schießen kostet jetzt auch Zeit sechs und acht voll getroffen wieder gewonnen den Kampf zwei Karten kann ich ziehen beide sind aber nicht geeignet um ins Inventar zu kommen kein Item, keine Waffe keine Geisel also weiter geht die wilde Jagd eine Tür ein Terrorist noch eine Tür ich nehme das Move-Icon und gehe durch diese Tür in den nächsten Raum Badezimmer ich könnte mich entscheiden you may lose one time to gain a Regroup Token ne ich brauche kein Regroup Token dafür entscheide ich ich entscheide mich das nicht zu nutzen gehe weiter der Terrorist bleibt aber in der Reihe liegen der läuft sozusagen den ähnlichen Weg wie ich ihn laufe hat mich nur noch nicht bemerkt Taschenlampe wenn ich jetzt ein Search-Icon fände Test Ups der war nicht gut der Test nicht bestanden succeed and either discard a terrorist from the row or draw until you find a terrorist das heißt das heißt hier ist aber das das Schöne an diesem Test ist wenn ich ihn nicht bestehe passiert aber auch nichts ich hätte noch einen Terroristen loswerden können nämlich ihn hier bin ich nicht es geht weiter zweimal lernen hilft alles nichts tja ich könnte jetzt die Pistole nachladen weil die mit dem Maschinengarn ist doch ein bisschen Kanone auf Spatzen sozusagen ich lad mal die Pistole nach das kostet aber auch Zeit das Nachladen das heißt es kommen wieder vier Würfel zur Pistole und ich denke mit einem Schuss schließen kostet auch Zeit jawohl drei reicht gerade so und das die Karte kann ich nicht verwenden also wieder reinmischen es kann sein dass es heißt ich stecke die Karten wieder in die Mitte zurück aber ob ich shuffle oder in die Mitte zurück ist jetzt kein allzu großer Unterschied die Mathematiker mögen mir verzeihen da ist es dann einer aber spielerisch sollte es da jetzt kein Grammar sein gut noch ein Flur wieder ein Funkgerät wir haben schon ein Search-Icon wir brauchen zwei jetzt finden wir die Taschenlampe jetzt ist das schöne wir haben zwei Move-Icons die geben wir auf die Geräte bewegen uns durch den Flur gehen in einen nächsten Raum wir müssen mal langsam hier Richtung Dach kommen Überwachungsraum wir können einen Zeitauf geben um die drei obersten Karten vom Hunted Stapel zu ziehen eine wegzulegen eine nach unten zu schieben und eine nach oben zu schieben ne ich spare mir die Zeit Hauptsache ich war in dem Raum so Sergeant Poet wenn ich die hätte könnte ich wenn ich einen Terroristen ziehe einfach die Karte sofort ablegen dann würde so das wäre so zu sagen sie würde ihn verhaften und mitnehmen aber noch habe ich sie nicht ich brauche dazu zwei Search-Icons oh die Bazooka für die brauche ich sogar drei Search-Icons das nenne ich mal eine Waffe aber und jetzt wird es hier richtig voll ich bin gerade anscheinend in das Waffenarsenal gestolpert jetzt habe ich die Bazooka gefunden und die Schrotflinte aber für beides brauche ich sehr viele Search-Icons die ich nicht habe und ich habe natürlich zwei Lärm hier liegen der nächste Terrorist führt automatisch zum Kampf ich habe noch einen Flur das ist gut denn ich brauche einen nächsten Raum also nehmen wir den geben wir die Shotgun auf gehen durch den Flur in den nächsten Raum und kommen in die Küche ein Test den wir bestehen 5 ist das Minimum bestehe und ziehe drei Ortskarten und lege sie in jeder beliebigen Reihenfolge zurück gut wir gucken uns die obersten drei Ortskarten an das Atrium das ist nicht angenehm ziehe fünf Karten und wenn einer ein Terrorist ist greift sie sich an der Rest wird zurückgemischt der Vorstandsraum Meeting Raum ein Test bestehe und gewinne ein Zeit scheitere und suche das Deck nach einer Geiselkarte und entferne sie aus dem Spiel der Rest wird gemischt und die Baustellenbereich noch ein Test bestehe und ziehe bis du einen Terroristen findest die du ablegst und dann mische neu Versager bei diesem Test und dann bekomme zwei Schaden ja alles nicht so die super tollsten Orte die Reihenfolge ist fast egal ich glaube die beiden Tests zuerst so zwei Lärm die Bazooka wäre natürlich toll aber wir haben keine Search-Icons und da finden wir Terroristen zwei Lärm auch gar nicht debattieren jetzt wird es natürlich spannend ich habe doch hier die Granate mit dem Achterwürfel die Summe der Augen hier ist aber 10 die Granate hätte nämlich jetzt hier den Vorteil dass sie mehrere Terroristen trifft wenn sie denn trifft und zwar bis zur Summe der der Stärken bis zur maximalen gewürfelten Augensumme aber das reicht nicht das heißt mit der Granate alleine werde ich die nicht los die darf ich aber auch nicht gleichzeitig einsetzen ich muss also mir was anderes überlegen ich versuche es erstmal mit der Pistole da sind drei Schuss einmal Zeit aufgeben so 5, 5 und 1 das heißt ganz sportlich die obersten beiden habe ich erwischt den unteren aber nicht das heißt ich bekomme einen Schaden und ich muss noch einmal einen Kampf bestehen tja ja nicht mit der Granate ich muss meine Pistole sowieso neu laden das heißt ich lade die Pistole neu das geht wieder ein NUNI Magazin hinüber vier Würfel kommen wieder drauf und der letzte Terrorist nochmal ein Zeit schon wieder eine 1 das reicht nicht noch eine Zeit noch eine 1 das haben wir heute echt glücklich drauf und ich habe jeweils einen Schaden bekommen Leute 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 gleich bin ich tot eine 2 jetzt haben wir ihn erwischt meine Güte es mag jetzt sein müsste ich mal im Nachgang feststellen ob ich mich jetzt hier mit den Zeiten verzählt habe und sogar im Timemode bin also dass Zeit vorbei ist und der Terrorist vom Dach geflohen ist mit meiner Frau aber ja ich bin ja auch blöd ich hätte ja hier mal ein bisschen meine Auslage nutzen können aber das ist gelegt ich kann jetzt aber 3 Karten ziehen und mir noch eine Granate ins Inventar legen so am nächsten Mal werden aber keine halben Sachen gemacht ein Terrorist ein Flur mit dem es halt und noch eine Tür und das ist doppelter Lärm der Terrorist so kommen wir natürlich nicht vorwärts wir gewinnen zwar wieder noch eine Granate gefunden meine Güte jetzt baumelt hier so ein ganzes Arsenal von Handgranaten bei uns am Gürtel aber wir haben keine Zeit mehr Test wir können also den Terroristen den wir gerade besiegt haben auch noch durchsuchen nee haben wir nicht geschafft wir finden nichts noch eine Granate die brauchen wir nicht das ist Clarence noch eine Geisel das ist Clarence da könnten wir eine 8er Würfel zu einem Test dazu fügen das ist ganz spannend aber den müssen wir erstmal haben Terrorist noch eine Granate die brauchen wir jetzt aber gar nicht jetzt benutze ich die Ellen da haben wir mal reingeguckt drehe die Karte um und lege eine nicht Terroristen Karte einfach ab genau das tun wir weil diese Karte Lärm verursacht legen wir sie ab zwei Terroristen hilft also alles nichts wir müssen gegen Unie gegen beide kämpfen zwei Terroristen jetzt nehmen wir eine Handgranate kostet aber auch Zeit wir haben nur noch eine Zeit das wird also nichts mehr mit dem Spiel einen haben wir getroffen der andere ist noch nicht mal angekratzt dann mit dem Machine Gun ein Zeitende ist haben wir zwar jetzt diesen Kampf gerade noch so gewonnen aber uns ist die Zeit ausgelaufen und wir haben noch ganz viele Orte vor uns und der Terrorist der Lars der Boss von das Ganze ist leider mit unserer Frau entkommen ohne dass wir unser Original eingesetzt haben das war natürlich jetzt auch ein bisschen blöd von mir gespielt muss ich gestehen trotzdem ich hoffe ihr habt beim Zusehen erstens ein bisschen was gelernt über das Spiel und wie man es nicht spielt und zweitens hat es euch hoffentlich auch Spaß gemacht das ist Hunted Kobayashi Tower von Gabe Barrett mit dem Artwork von ich glaube Jorge Vélez ah jol Jorge Vélez der Kickstarter mit dem dritten Spiel aus dieser Hunted Reihe ist durch der ist finanziert und da sollte jetzt im Herbst irgendwann auch ausgeliefert werden da bin ich gespannt wie der wird das ist dann etwas größer das Ganze da war ich auch beteiligt bei diesem Kickstarter aber das hier Hunted mit Kobayashi Tower und Mining Colony 415 nette kleine Spiele mal eben schnell runter gespielt braucht natürlich auch ein bisschen Platz wie ihr seht aber etwas was man wenn man mal nicht auf Punkte aus ist auch mal so zwischendurch einfach mal machen kann und statt irgendwelcher Handyspiele während einer langweiligen Videokonferenz ohne Video kann man auch sowas mal machen ihr müsst nur beim Würfeln aufpassen dass ihr den Lärm nicht mit übertragt kleine Tipps fürs Leben ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mir ein Like da gerne auch ein Abo wenn es noch nicht passiert ist gerne Kommentare was ich falsch gemacht habe wo ich hätte vielleicht ob ich mich auch verzählt habe mit der Zeit das könnte sein mag ich jetzt nicht bestreiten und ja dann sehen wir uns in der nächsten Runde bleibt gesund bis dahin euer Spartakus bis dahin